willkommen zurück bei father and son play for fun jetzt der zweite teil und es geht wieder in die kalte ecke damit wir das mit dem zähigkeitstonikum erledigt haben dann werde ich wohl mal zwei kopfgeldjagden annehmen müssen sonst kommen wir nicht vorwärts hier aha dann nehmen wir mal eben zähigkeitstonikum quatsch ihr das dann tonikum und versuchen mal eben den kollegen zu fotografieren und schon mal dass sich das tonikum auch noch ein wo ist der fuchs die richtung geht es dem tan tonikum sollte er uns nicht zu früh bemerken dass ich hoffentlich das foto schießen kann irgendwo hier ist er das war er nicht muss er doch sein da ist er doch erwischt und ich gehe jetzt auf die kamera das gibt es doch nicht super ja das klappt ja heute richtig gut ich will ihn doch nur fotografieren jetzt schmeiße ich will ihn doch nur fotografieren und jetzt geht das nämlich nicht mehr ich glaube ich zu schnell bin warum geht das jetzt nicht wer weiß das jetzt geht es geht es jetzt geht es ich brauche so ein bisschen freie fläche hier endlich mehr wollte ich gar nicht weiter nämlich so geärgert ist immer so auf den sender gegangen hier ich kriege auch noch hier so wo will er hin so wo will er hin so wo will er hin wenn man so gar nicht trifft zweimal überreiten geht es auch wo ist er ach da hinten jetzt halte ich mich jetzt zehn minuten mit dem marmorfuchs auf oder wie der heißt heute klappt es ja überhaupt nicht vielleicht sollte ich doch mal langsam die waffe wechseln was aber ganz ehrlich hier durch die ganzen büsche und bäume hier mega nervig finde ich das habe ich nicht irgendwo eine bessere knarre nein nein das gibt es doch nicht jetzt jetzt gebe ich auch nicht mehr auf ich treffe heute gar nichts hier das ist doch eine katastrophe heute hier endlich meine güte wie lange hat das jetzt gedauert hat das so dann erst mal ab nach hause das ging ja gar nicht hier auf zum lager mir den spaß spenden jetzt oben rechts das bringt es richtig mal eben was gescheites kochen hier erst mal so den hund hatte ich zwar im ersten teil schon gestreichelt aber kann ja nicht schaden hier so rezept hat auch noch so jetzt fehlt uns ja gar nicht mehr so viel ich meine hier kann man immer noch mal machen aber zwei sachen fehlen uns noch wir sollten so messi fallspitzen sammeln jetzt wissen wir ja gar nicht wo die madame ist sonst mache ich da heute noch was separates so fallspitzen landkarten öffnen fallspitzen das war schon mal gut hier das ist gut und das ist auch in ordnung ja dann machen wir das doch mal eben zuerst dann erspare ich mir nämlich den kopfgeldjäger und wir wissen wo die madame ist vielleicht gehe ich dann heute abend nochmal eben ins saloon da aua einmal das pferd richtig füttern gleich gehen der junior und ich erst in den garten und müssen dann auch wieder ein bisschen was an der hecke machen ohne jungs lasst mich dort keine ahnung wo das hier ist was ist das denn hier muss doch hier irgendwo sein da irgendwo so setze ich schon mal die nächste markierung haben wir das auch das nehmen wir aber nicht mit kommt hier vorwärts kommen oder bei zwölf minuten das geht hier können wir noch mal kurz checken ob hier noch was ist aha da und dann holen wir uns noch zwei wilden blumen dann war das auch erledigt gut ja das zieht sich jetzt so ein bisschen aber dann könnte die schöne landschaft genießen da würde ich auch ignorieren da war hier was oder der wunsch der vater des gedanken hier ja ich glaube das ist hier oben ja hier glaube ich da ist es nächste markierung dann auf zur schwarzbrennerei dann machen wir das von da aus das ist ja nur um stunden anreden hier ich denke da machen wir ja auch eben die karte für willblumen auf da ist es schon das ist auch genau der genaue standort exakt dort Fall erledigt und jetzt gucken wir mal wo ist die madame denn heute ich übersehe die auch schon mal hier in der nähe von roads ich das erste blumen war es sonst ja ja date auf wir will blumen okay das hatte ich gehofft will ich hierhin ja warum nicht dann kann ich eventuell heute abend noch oder ich lasse die karte offen für morgen dann müssen wir nämlich nur knapp hier dann müssen wir nämlich nur das eine einsammeln und wissen dann morgen direkt wo die madame ist ja heute ist ihr seht so richtig mein tag will zusammen hier ja essen kochen muss ich heute nicht ist dann so viel gekocht dass es auch für heute reicht also im wahren leben das gehört ich glaube da ist ein bär ja klar ich habe es nicht anders verdient dann geht es hier hin ob ich da in die nähe eine schnelle reise machen kann jawohl für dollar oder und hier gibt es doch auch das wilde mutterkraut da komm ich schaff das ich meine hier in der gegend gibt es auch das wilde mutterkraut was wir noch sammeln sollen da werde ich jetzt aber nicht explizit auf die suche gehen sag mal ich wollte gerade sagen muss doch in diese richtung alles sein ich muss hier die augen offen halten nach irgendwelchen gewächsen ja da war irgendwas ich hab's auch gehört ich ignoriere es so hier muss es schon sein da ist sie was soll man denn hier ach wilde möhre und damit sind wir durch da seht das 0103 neuen rollen herausforderung für heute erledigt so wird es nicht perfekt was soll es ja dann was sagt die zeit ah könnten wir ja nochmal eben in irgendeinen saloon düsen oder welchen nehmen wir denn da oh wo wollen wir denn mal hin ach komm hier nehmen wir mal Blackwater fünf drinks bestellen das krieg ich wohl hin so war der saloon denn hier der ist doch hier mal rein in die gute stube hier mal rein in die gute stube hier ich muss hier nicht alles auf hin hier Zwei können wir uns ja mal gönnen, Diggi, ne? Besser geht's nicht, ne? Schneller kommt man an die Kohle ja nicht ran oder an das Gold. So, dann nehmen wir die übrigen Stellen nochmal eben abbreiten, da ist nix. Hier haben wir manchmal ja auch noch eine Schnapspulle, auch nicht. Ja dann, nix wie nach Hause. Können wir ja noch was mitbringen. Und dann machen wir auch Schluss, wenn wir wieder zu Hause sind. Das mit dem Lager da hinten ignorieren wir auch. Das wären wir ja nie fertig heute. So, ab geht's. So, dann gucken wir nochmal heben. Ja, das wird ja brennen und so. Also Tagreiher, das kann man ja noch machen. Tiere töten. Und das Mutterkraut. Aber die neuen Rollenherausforderungen sind durch und damit machen wir Schluss. So, das war der zweite Teil für heute. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da. Und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Bei Far and Son. Play for fun.